Wer morgen früh aufstehen muss, kann sich freuen. Der Tag beginnt nämlich sonnig mit angenehmen 13 Grad. Wer ausschlafen kann, darf sich sogar noch mehr freuen. Je nachdem, wann er aufwacht, erwarten ihn bis zu 24 Grad. Auch morgen bringt das Wetter einen sonnigen Frühlingstag mit. Der Donnerstag wird warm mit bis zu 24 Grad und wolkenlos. Auch in der Nacht bleibt der Himmel klar bei Temperaturen von 9 bis 14 Grad. Am Freitag ist der wärmste Tag der Woche mit Höchstwerten von sommerlichen 25 Grad. Auch der Samstag wird angenehm mit 24 Grad und viel Sonne. Am Sonntag sind dann auch mal wieder ein paar leichte Wolken zu sehen. Den warmen Temperaturen tut das allerdings keinen Abbruch.